Ich habe mich für dieses Sportabd entschieden, weil man dort frei sein kann. Dort gibt es gar keine Regeln, man kann alles mischen. Das Tanzen verbessert einen auch als Person und auch das Denken. Und ja, auch den Tanzstil. Mein größter Erfolg war die Europameisterschaft in Welthoven. Die habe ich nämlich gewonnen. Das war ein sehr, sehr tolles Gefühl. Da waren auch viele gute Konkurrenten. Aber sich trotzdem durchzusetzen und zu gewinnen, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Töne 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 Untertitelung des ZDF, 2020